Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zuschauer-Modus. Ich bin der Wook und wir spielen weiter mit Half-Life. Lustige Geschichte. Ich habe schon weiter gespielt, nur mit der Aufnahme ist irgendwie was schief gelaufen und jetzt müssen wir das ganze Zeug nochmal spielen. Ja, aber dafür hoffe ich, dass ich nicht so viel abfacken werde. Ja, willkommen zurück und viel Spaß. Wenn es euch gefällt, lasst mal ein Like da. Lasst mal irgendwas da für den guten Wook. Wird mich freuen. Und ja, dann legen wir jetzt halt einfach mal ein bisschen los bzw. machen weiter. Und wir haben jetzt Granaten und die sehen so aus. Das hat schon mal sehr gut funktioniert. Jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen, ich hoffe, ein bisschen Wissen hat mir angeeignet, was mir hoffentlich auch irgendwie ein bisschen was bringt im Verlauf dieser ganzen Maps. Ihr seht, ich habe das hier alles schon ein paar mal gemacht. Und jetzt kann es auch gleich schon weiter gehen. Hier geht es lang. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht runterfall die ganze Zeit, weil das ist der größte Health-Killer bei mir, so ungefähr. Okay. Einmal hier durch die Tür durch. Und das war es dann auch mit dem Generator. Hab ich lange gemacht, oder? Ja, schon. Ich glaube schon. Na ja. Also. Dann müssen wir hier die Leiter hoch. Dunk, dunk. Geht es hier immer noch gut? Äh. Okay. Ja. Ich gehe ohne dich hoch. Kein Ding. Und jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass der Typ minzt. Ja, er kommt natürlich direkt auf uns zu. Ich gehe mal woanders lang. Mal kurz irgendwie woanders hin. Das wäre... Das wäre... Ich wäre hier sehr verbunden. Und wir probieren unser Bestes. Du... Okay. 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 Uff. Zack. Wir haben volle Leben. Normalerweise speichern wir jetzt. Aber wir schaffen das schon. Digi, komm mal her. Brauchte ich mal kurz hier eben. Mach mal deine... Deine starken Arme. Du musst mir mal kurz helfen. Jetzt komm her. Oh, das ist nicht das, was ich möchte, dass du machst. Ich verstecke mich kurz. Weil, äh... Das Ding hat mich vorhin... Oder heute auch schon mal... ...getötet. Kommst du jetzt? Boy? Ja. Da, Alter. Schon wieder? Machst du mal nicht so aus? Jetzt kommst du. Okay. Cool, cool, cool. Cool, 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 cool. Au. Hör auf mich. Hier. Und stirb. Boom. Das ist das Ende deiner Kreatur. Ich zieh noch irgendwas. Banaten. Haben wir voll. Ein Ding. Ich rasche so ein bisschen durch. Wie ihr merkt. Macht ja nix. Äh. Na ja, ist ja wurscht. Sind wir denn schneller? Würden wir ja nicht. Ich muss einfach... Nein. Aber ich hab wenigstens kein Leben verloren. Das ist gut. Dann. Oh, verdammt. Ich muss nochmal zurück. Lucht. Ehh. Noch eine... Ehre-Runde für den Wookie. Und so sollte es eigentlich aussehen. Und wir drehen dich nochmal. Und dann geht's los. Bepepepepepep. So, was war dann hier nochmal? Okay, wir gehen hier durch die Wand. Und... Wo kommen dann die Gegner? Ich glaube, ich hab das gebraucht. Ah, ne. Okay. Ah, halt. Stopp. Ich fühle mich gemau. Von diesen Dingen, die hier hängen, deshalb werden sie weggebrannt. Oh. Au. Ah ja. Und das Ding tötet mich auch die ganze Zeit. Tschüss, du wirst sterben. Du wirst es nicht überleben. Vielleicht zerspreichelst du euch. Schwere. Das ist mit allen anderen passiert, die sich vor den Zug geschmissen haben. Aber... Hey, so kann ich dich vielleicht mitnehmen. Nice. Nice, Bro. Dann komm mal, komm mal hier hoch. Hey. Stimmt. Unsere Chancen stehen besser, wenn wir uns zusammentun. Ah. Okay. So viel dazu. Mal kurz Gas gegeben. Mal kurz anhalten, glaube ich. Weil ich weiß nicht genau, ob das einen Schaden macht. Okay. Jetzt sind wir hier. Hier habe ich das erste Mal meinen Zug verloren, als ich hier durchgekommen bin. Kann man kurz stehen? Nein. Stehen bleiben. So geht es. Bisschen umständlich mit der Steuerung. Ah ja. Hier werden wir öfters vorbeikommen. Gut. So wird es gemacht. Wie ein Pro. Okay. Und hier kommen, glaube ich, Gegner. Da vorne sehe ich doch schon einen. Stieb. Nein. Okay. Da ist doch noch einer. Stieb. Und hier kommt... Oh. Verdammt. Bleib weg von mir. Okay. Da oben ist... Bist du... Bist du... Ging dich habe ich gar nichts prinzipiell. Außer, dass du halt im Weg stehst. Versteht mal. Perfekt. Da oben ist dann auch der Schalter für das Ding. Also wir müssen jetzt hier nochmal kurz zurück. Auf dich schießen. Dann wieder vor. Da müssen wir gerade aus. Soweit ich weiß. Was gab es da? Ja. Da gab es... Oh, was gab es da? Da gab es gar nichts eigentlich. Nur... Oh, doch. Da gab es ein paar Waffen. Beziehungsweise... Ne, also nichts krasses. Nur Munition und sowas. Müssen wir eigentlich auch nicht hin. Zum Glück trifft er mich nicht. Ein Schuss mit der Marken. Und die ist halt echt Gold wert. So, da sind nochmal... Irgendwelche... Rebel-Dinge. Benutze ich eh viel zu selten. Die gute Shotgun. Brauche ich hier sonst noch irgendwas? Bleib mal... Nein, 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 nein. Drück. Stehenbleiben. Springen. Hier war doch... Genau. Das nehme ich direkt mal mit. Oh, da unten gab es, glaube ich, nichts. Vielleicht müssen wir doch hier hin. Ne. Ja. Hier müssen wir sowieso hin. Ein paar Headcrabs. Kann er nicht zwei geben? Wo seid ihr hin? Wo seid ihr hin? Keine Ahnung. What? Hier bewegt sich jetzt der Kran. Wieder voll Leben. Schön, schön. Und wir fahren gerade mal ein bisschen weiter. Boom, boom. Wusste ich. Ich glaube, irgendwo kommt jetzt noch ein Gegner her. Höpst. So. Ich glaube, hier ist jetzt noch mal eine. Nein? Nicht mehr? Nein? Gut. Alles cool dann. Fahren wir weiter. Läuft ja wie am... Läuft ja wie am... Schnellchen. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier gab es doch auch schon wieder irgendwelche Probleme. Mal kurz speichern. Kann ich dich hier hoch? Ja, doch. Ich muss hier ein bisschen schneller sein, damit ich hier... den hier... und den hier... Oh je. Was ist denn? Was ist denn? Wir gehen nicht mehr weiter hoch. Vielleicht hat der geblockt. Ich weiß es nicht, was passiert ist. Und hier oben gab es dann... Ah ja, das ist der geblockt tatsächlich. Ich wäre schon lange tot. Aber er ist ja auch tot. Ah ja. Sehr gut. Und warum kam jetzt unser... Hi. Ups. Weil ich... Falsche... Falsche Waffe benutzt. Wieso kam jetzt unser Zug nicht hoch? Ich glaube, wir kriegen ihn später in den neuen. Weiß ich jetzt nicht. Ja. Gebe ich direkt zurück. Du Arschloch. Kannst du behalten. Hey Jungs. So, da hatte ich vorhin... Lustigen... Park gesehen. Ah ja, genau. Sie schießen mich nicht an, weil irgendwie... Haben sie nicht gesehen, wo ich bin vorhin. Hopp. Sehr gut. So habe ich mir das vorgestellt. Ungefähr so habe ich es mir vorgestellt zumindest. Ich habe ich vergessen. Du hast mich auch vorhin schon mal sehr erschrocken. Warum stehst du davon nicht? Und jetzt bräuchte ich eigentlich schon so langsam wieder hier mein... Jetzt hänge ich da fest. Das wollen wir nicht. Geht sehr hoch. Äh. Okay. Ja, ja. Der hat die gleiche Idee gehabt wie ich. Ich habe es genau gesehen. Bist du gestorben? Äh, ne bist du nicht. Offensichtlich. Oh. Da ist doch noch irgendwas. Was irgendwas... Uh. Hey. Ich stehe einfach hier in die Ecke. Was ist los mit dir? Oh je. Hier sind so viele Gegner. Ähm, bin ich... Nimm... Nimm dies. Das war knapp. Mhm. 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 Okay. So weit, so gut. Ich stebe doch. Ich habe noch irgendwo Heilung. 15 Leben ist nicht viel. Ist nicht viel. Es hängen so gerade am Seiden und Faden. Was habe ich genommen? Oh, verdammt. Oh, schade. Okay. Ich habe es auch gesehen. Mhm. Mal speichern. Ja. Der hat mir einfach eine Granate ins Gesicht gejagt. Ich glaube, das war schon mal viel wert. Okay. Damit kann ich leben. Plus 25 Health. Ne. Nehme ich. Nehme ich. Du kriegst den Schaden. Stebe da drüben. Mhm. Das läuft auch eigentlich ganz okay. Ich finde es gut, dass die so ein Aufladeding haben. Schön vorhersehbar. Da passiert nicht viel. Oh, du bist schon tot. Sehe ich gerade. Oh. Damit treffe ich wenigstens gescheit. Okay. Jetzt habe ich hier noch ein paar Granaten für den Aufklärungs... ...oder für den da. Was haben wir hier drin? Oh, hallo. Ja. So läuft es. Daneben. So. So können wir doch... ...können wir doch zocken. Das ist schon wieder so ein komischer Hund, der explodieren möchte. Au. Ja. Da oben sind auch wieder Gegner. Wir speichern nochmal. Autsch. Das machen wir auf jeden Fall nochmal. Oh ja, danke. Haha. Hm, fuck. Wieso kann ich denn nicht da rüberspringen? Alter. Alter. Die wussten genau, wo ich bin. Das hat fast funktioniert. Was wird? Totally awesome. Was auch immer da drüben gerade passiert. Alter, habe ich nichts zu tun. Stehe. Oh, da ist noch einer. Da hat sich noch einer versteckt. Du kommst mir gerade recht. Gerade recht. Da sind noch mehr Gegner. Ich höre sie schon. Wer will denn hier noch einen Schuss? Wer will noch was? Hier ist dann noch... Ne? Okay. Ja, doch, doch. Äh, ja. Die haben mich auch vorhin nochmal erschrocken. Fuck. Fuck. Was war das für ein Geräusch? Die will halt einfach auch nicht von einem Schuss sterben. So, und da oben ist dann noch einer. Ah. Das war's, weh. Und hier kommen Dinge raus. Googeln. Googeln, ja. Hm. Hey, Boy. Oh, ja. Wollt ihr mich boxen, ne? Alter. Kam direkt auf mich zu. Bleib mal kurz noch hier stehen. Ich brauch meine Granaten. Und... Hopp, hopp, hopp. Beide Snatch, okay. Vielleicht so. Nein. So. Autsch. Oh nein. Verdammt. Oh, die hatten da drüben aber noch Granaten. Da hatte ich glaube ich dann wieder Granaten herbekommen. Yes, sir. Okay. Hopp. Da drübe gesprungen. Ihr macht euch da mal alle gegenseitig platzschön. Damit eigentlich gar nichts zu tun. Autsch. Autsch. Diesmal brauch ich den eigentlich nicht. Alles klar. Okay. Achso, ich brauch ja immer noch nicht. Bis später. Ich schaff's halt auch nicht, da drüber zu werfen jetzt, oder? Jetzt. Ja. Oh. So gut wie tot. Das war's, glaube ich, nicht wert. Das war's.